Okay, der Prinz will auch mit mir reden. Und Maya will mit mir reden. Ah, da wollen sie mit mir reden. Der Prinz nickt und verschränkt die Arme, ein selbstzufriedenes Lächeln auf den Lippen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich ein gutes Ohm bin. Wie das? Das musst du mir nicht sagen. Oh Gott, dann habe ich wieder jemanden, der sagt, oh, Pride. Ja, I'm just happy to be still alive. Ja, I'm the embodiment of modesty. Ja, I'm the embodiment of modesty. You happen by a time when our rivals bicker and tear at each other's throats. Bringing Gatti's chosen on your trek up the mountain. Ich sehe, die Götter haben uns ein rarer Gift, um ein familiarer Gesicht zu tragen. Mhm. Arui stützt die Hände in die Hüfte und nickt. Es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Scheinst du in der Gewalt nicht besonders ernst zu nehmen? Bin ich der Götter wegen hier? Ich habe meine eigenen Gründe. True. Anscheinend bin ich zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Du kannst es nicht wissen, vielleicht bin ich ein Schlechtes Ohm. Mit sämlicher Sicherheit bin ich ein Schlechtes Ohm. Aber hey, vor seinen, vor seinen, äh, Royals verbeugt man sich und ist höflich und so, denke ich. Und was machst du hier? Ja, I need money. I need money so desperately. Ich könnte doch ein paar Münzen gebrauchen, um die die Feind besser ausrüsten zu können. No, I don't want, I don't want something for my ship. I want equipment for my own people. My group needs loot. Lots of it. Darf ich mit der Königin sprechen? Das ist für einen Abend schon vor den Diensten, hat das Dünnsinn. Ich habe einige Fragen. Ähm, gab es dir in letzter Zeit Schwierigkeiten mit der Loyalty? Taka ist eine Stadt von Freunden, ich sage. Wir haben so viel zwischen den Diensten verhärtet. Zendlich nur erhärtet sich zu einer schmalen Linie. Auch meine Schwestern-Advisoren sind in der Ophyser-Lounge und sind in der Wild-Mare. So, what? Lavi macht ein säuerliches Gesicht und wenn du einen Blick hab. Nichts sagen? Und sie toleriert das? Jemanden, dass du deine Freundin lieber in deiner Nähe hast. Und sie toleriert das? Er öffnet seine Hände und so. Aber ich habe die Augen vor und schmunzelt. Mein Prinz, Wild-Mares, können sie mich nicht von der Wild-Mare behalten, aber ich will deine Worte erinnern. Wann immer TKO irgendwas sagt und man auch anfängt, die Augen zu verdrehen, dass sie vermutlich irgendwann stecken bleiben, tut er mir so leid. Was für treue Dienste hast du denn so gedacht? Obwohl er euch bis dahin nicht genau zugehört hat, wird TKO nun aufmerksam, prinzelt ihr zu. Aha. Er öffnet die Hand, um dies zu untermalen, wichtet sich über die Schulter. Unter unseren Nosen, sage ich, die Worte schmuggeln die Kontraband und die Rappau für ihre Silenz. Ja, so was? Er wirft den Silbermedaillon mit einer gravierten wildianischen Ehren zu. Dieses Medaillon schmückte einst den Hals eines wildianischen Würdenträgers und wurde nach einem schrecklichen Schiffsunglück als verloren angenommen. Wie es in den zwielichtigen Gassen von Neketaka wieder auftauchen könnte, möchte Prinz Aoi nur zu gerne wissen. Ah, was ist das? Danke. Und weil ich so furchtbar belesen bin... Oh, das schmacken wir aber gerade noch so. Das Medaillon ist wildianischen Gesandten. Die Republics verleihen sie vorausragende Dienste. Warum ist das clever? Egal. Of course. I'm fucking intelligent. And well read. The envoy's ship sank a day's voyage out of Neketaka. He wore that on his breasts. My guards recovered it in a raid of the gullet. This confirms my suspicion. Neketaka has a pirate problem. Pirates are not a problem. Pirates are nice. Smugglers and thieves cluster like rats in Delver's Row. A growth in the bowels of our city. I'm a thief myself. And I grew up somewhere around there. You can't really condemn them and say, oh, smuggling and thieving, that's so bad. That's probably what Lynn did in her past. Exactly what she did. I want someone to peddle the medallion to the black market. Earn the trust of these pirates and learn how supplies come into my city. Yeah. I will learn everything about the pirates and make friends with them. It must take keen senses to peer through the veil. Arui tippt sich, wo das Kind umnickt. Ach nein, habe ich jetzt wieder Freundschaftspunkte verloren. Bitte nicht. Others will miss the details that stand out to you, I'm thinking. Äh, zu welchem Zweck? It will depend on what you find, I say. Arui verschränkt die Arme und starten Gedankenversungen auf dem Boden zwischen seinen Füßen. Äh, oh, weil ich, äh, Street Smarts hab, oder wie das heißt? Nee, Streetwise heißt das, glaube ich. Er sagt die Wahrheit, aber es steckt mehr hinter all dem und er hat Angst, dass sein Gesicht ihn verraten könnte. Und jetzt sag mir, was du verschweigst. Because I'm awesome? Also? If we dealt only in pirates, then I would put a trusted agent in rags and send him down hiding in a food wagon. But Akira, I have reason to suspect our problem goes deeper than we know. Yeah, I'm an expert on anything. No, I don't want to do this. But I know he's important for the quest. Maybe to see how shitty it is in the Lower City. You bad but fool. You mistake me, I say. I send you because of the Missive you delivered to my sister. Er hebt die Augenbraue. Es herrscht wohl ein stilles Einverständnis zu schnien. Äh, Akira? I did not realize. Tiki und Nick langsam verschränkt die Arme. Äh. In Slums der Stadt herumzufühlen ist nicht gerade meine Lieblingsbefertigung. Ah, ich komme von da. Was soll's? Wollt ihr mich vielleicht einweihen, worum es hier geht? Alrighty. Tiki und Rizzi zu Arui, um der Zustimpf nickt. Der Prinz entlässt dich mit einem Nicken. So, warte, jetzt muss ich in meine Reputations gucken. Ja, natürlich. Okay, wir machen blöde Unterhaltung nochmal. Ich hab doch vorher gespeichert, oder? Das sagt mir, ich hab vorher gespeichert. Ja, hab ich. Okay, dann sag ich dieses Mal nichts. Warum brauchst du einen Watcher dafür? Eine Fresse. Das war doch nur eine ganz neutrale Frage. Ernsthaft, warum ist Arlos immer so eine Heulsuse? Unfassbar süße Heulsuse, aber... Okay, ganz unterhaltend nochmal, um schnell durchlaufen. Und ich gebe dir diese eine Option. Okay, dann geht's. Und ich gebe dir. Ihr kommt als ein favorable Omen, bereits. Such modesty. You happen by attack. Bringing Gattis chose. I say the gods have sent us a rare gift. Save your manners. I will not paddle the road. You did not come this far to serve the crown. Nekataka. Even my sister's advisors dying at the office. Onikaza has a... Here in Serpents. Takehu. My prince. A helpful warning. Herald of Bereth. My sister under our noses. I take this if you need proof. Ja, das war eine tolle Unterhaltung im Schnelldurchlauf. Ich hatte keinen Bock, schon wieder irgendwelche Punkte zu verlieren. Oh ja, er hasst Tekeo schon maximal. Tekeo hat noch nicht einmal irgendwas gesagt, was er gemocht hat. Wundervoll. Ich freue mich schon drauf, wenn wir die Unterhaltung führen, warum Tekeo so nervtötend ist. Das wird bestimmt auch spaßig. Ja, und wir haben auch noch Quests. Also ich soll mit den Velianen reden. Ich soll mit der Hasanui reden. Ich soll gucken, wie man nach Delvers Row kommt. Genau, ich soll die Quest für die Fasina machen. Ach, hier stimmt es nicht mit den blöden Badatos und Valeras. Und Piratensachen. Aber jetzt möchte ich ja eigentlich erstmal den Palast ausrauben. Und das ist Tekeos toller Apfel anscheinend. Du siehst meine älteren Fische, Kapitän. Ich lasse dir, um zu猜ern, welcher von ihnen real ist. Ich bin gar nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert. Du bist ein Fisch. Das gibt's euch. Lustiges Aquarium. Ja. Macaraman, der Beschwingte, der Geliebte von Garty. Oh, ja. Guck mal, Tekeo. Das ist vielleicht ein Papi. Ponamo, der Vogelfischwählte. Der größte aller Entdecker. Aha. Und du bist? Hemunga Makapu, Verteidiger seines Volkes. Meine Fresse, machst dir ja Knoten in die Zunge, wenn du das auszusprechen versuchst. Ja, ich finde diese Sachen, die die Watershaper da machen, die sind schon echt hübsch. Vielen Dank. So, schnell speichern, bevor irgendwer was sagt, was er hinterher bereut. Wenn ich mit dem Palast durch bin, muss ich aber, glaube ich, auch langsam aufhören. Und ich bin echt nicht mehr so aufmerksam. Wir wollen hier klauen. Oh, schick. Auch wenn Arui ist dann und beeindruckend ist es nur wenige, der klingt wirklich scharf. Das spricht jetzt nicht so für ihn. Warnung des Stormspeakers. Mein Prinz, ich habe Kamauka davor gewarnt, Regen über den Festungen der Fremden zu beschwören, aber es findet noch immer Gefallen daran, ihre Waffen verrosten und ihre Erde zu schlamm werden zu lassen, was mir verrät, dass sie jemand zu dieser Trickserei angestiftet haben muss. Jemand, dem sie vertraut. Sie bewundert euch, mein Prinz, aber lasst euch gesagt sein, dass sie ein Sturm ist, den ihr nicht kontrollieren könnt. Ich weiß, sie sprechen das hier eigentlich mehr Amira aus, aber ich finde Amira klingt schöner, deshalb spreche ich so aus. Die unruhigen Himmel sprechen von Wandel und Aufruhr. Lasst sie kommen, sage ich, aber spart euch eure Stärke für den Tag auf, an dem sich der Himmel öffnet. Ich habe empfohlen, dass Kamauka euch aufsuchen soll. Für sie gibt es einen Platz in der Flotte, falls ihr Amiras geschärften Schnabel gebrauchen könnt. Für die Inseln Stormspeaker Baudo. Und Amira ist die Hoana-Variante von Helia. Eine Vogelgöttin, die die Welt aus einem Ei ausgebotet hat. Okay. So, das ist ganz normal, dass ich beim Prinz im Schlaf gemacht war. Der hat mir gerade gesagt, ich darf das. Wir sind ganz dicke. Also nicht auf die Art und Weise dicke. So, um... Ein wuchtiger Amaua, legst den Kopf nach oben und sieht zu dir runter, sein Nasenflügel bebt, wo er mit dem Interesse ist. Ja, es war jetzt kein Lagerfeuer, sondern wir haben an einem Tisch gesessen, aber davon abgesehen, ja. Entschuldigung, was? Ja, der Palette Knight und ich sind alte Bekannte. Ich habe ein- oder zweimal durch das Maul Tangeloas geblickt. Oder dreimal. Er liegt und faltet seine Hände im stillen Genuss. Man kann jetzt einfach mit Akira antworten. Wow, von mir aus. Barathe neigt seinen Kopf und brüllt seine Stirn. Diese Pose hält er voller Ehrfurcht. Äh, ist das nur so für Barathees? Tangeloa rolls Tangeloa rolls a hungry eye toward D'Chila, a valian captain who scouts for Luminous Audra in Sacred Lands. Ja, I take it. Akira. Tangeloa knew it would be so. D'Chila sails her Voyager Elysio around the waters south of Nikitaka. The Great Eel hungers for her soul. Uh, Questions? Ask, but do not keep the Great Eel waiting. No, 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 no. I don't have questions anyway. I don't keep any Eels waiting. Yeah, no, I need to level you guys, but I don't want to. I don't want to mich sowohl in das schlafgemachtes Primzen als auch das der Königin einfach so reinlässt. Ah, ne, ich muss glaube ich da hin. Ja, genau, ich will ja auch da. Da ist wohl ein reges Kommen gehen, da fällt das nicht auf. Hase! Überall musst du keine Nummer ziehen. Also, wie redest du denn über meine Königin hier? Ich kann es auch hier nicht einfach so Queen on the Castle so disrespekten. Das war's. Ja, يف